Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckart und heute geht es um die WIM, die Wechselprozesse in Messwesen, einem der wichtigen Marktregeln, also Prozessbeschreibungen rund um die Marktkommunikation in der deutschen Energiewirtschaft. Das ist also natürlich Teil unserer Playlist Marktkommunikation, wo wir unter anderem schon mal die Grundlagen des Rollenmodells erklärt haben. Wir haben EDIFACT, also die Nachrichtentypen für den elektronischen Datenaussausch erklärt. Wir haben die GPKE als erste Prozesswelt rund um den Lieferantenwechsel und die Standdatenänderungen erklärt und heute eben die WIM, die Wechselprozesse im Messwesen, angewendet, zum Beispiel wenn man den Messstellenbetreiber wechselt oder wenn ein neuer Zähler eingebaut wird oder wenn es eben auch um den Energiedatenversand geht. Energiedaten an sich werden wir auch noch mal in ein separates Video packen, und heute ein bisschen allgemein die Prozesswelt rund um den Messstellenbetreiberwechsel und so weiter. Die WIM ist also genauso eine Marktregel wie die GPKE, die MPES, die MABES, die GEDIGAS und so weiter. Die WIM gibt es grundsätzlich oder gab es vor allem grundsätzlich für beide hauptsächlich regulierten Sparten, also Strom und Gas, allerdings mit dem Messstellenbetriebsgesetz von 2016 wurde dann die WIM für Gas streng genommen außer Kraft gesetzt. Das heißt, wir haben heute eigentlich eine Marktregel von der Bundesnetzagentur für Strom und im Gasbereich ganz streng genommen nur eine Anwendungshilfe von den Branchenverbänden, die aber auch die Prozesslandschaft beschreiben. Und die Bundesnetzagentur hat gesagt, ja, alles klar, mach das mal so. Aber wir müssen wissen, Gas, Wechselprozess im Messwesen ist nicht ganz so fest reguliert wie Strom. Das müssen wir als Grundlage erstmal annehmen. Okay, aber kommen wir mal dazu, Wechselprozesse im Messwesen, Strom. Das schauen wir uns jetzt mal hier an. Also bei der Bundesnetzagentur, Beschlusskammer 6, finden wir natürlich dann die WIM. Wie so oft in einer Übersicht der aktuell gültigen Fassung, die in der Form seit April 2020 gilt und noch bis April 2022 gelten wird. Hier ist dann drunter auch schon genau die nächste Variante verlinkt. Ich zoome mal ein bisschen näher ran, damit ihr das auch sehen könnt. Hier ab April 2022 im Rahmen der Marco 2022, die nächste Variante, die Marco 2022, wird dann auch der Höhepunkt dieser Playlist sein, wenn wir dann demnächst dazu übergehen, im Detail zu erklären, was dann im April nächsten Jahres so kommen wird. Und hier unten eben auch der Link auf die bisher gültigen Fassungen. Und da gucken wir zumindest mal kurz rein, weil wir dann natürlich sehen können, ja, was war denn die Historie? Die allererste WIM kam im Oktober 2011 und ist dann ein halbes Jahr später schon mal geupdatet worden. Das bedeutet natürlich, damals ist der Messmarkt im Großen und Ganzen auch schon liberalisiert worden. Nachdem wir den Wettbewerb für die Versorgung geschaffen haben und durch die GPKE und GED-Gas dann auch in den Marktregeln gepackt haben, wurde danach auch der Messmarkt liberalisiert. Das ist aber nie so richtig losgegangen. Das hat keiner so richtig, richtig, richtig genutzt. Viele, der schon lange dabei sind, werden sich daran erinnern, dass Yellowstrom es mal wirklich stark versucht hatte und als Tochter von NBW natürlich auch die finanziellen Mitteln hatte, um das mal bundesweit auszurollen. Aber auch die haben ihre Messdienstleistungen dann irgendwann wieder rückabgewickelt. Es gab einfach keinen richtigen Zweck für einen wettbewerblichen Messmarkt, bis der Smart Meter Rollout dann kam. Und das sehen wir dann hier eben auch. Das nächste Update war dann im Oktober 2017, nachdem ungefähr ein Jahr davor das Messstelle-Betriebsgesetzjahr novelliert wurde. Und dann haben wir zum Dezember 2019 natürlich die Marco 2020-Variante. Auch da gab es natürlich noch mal einige Anpassungen rund um eben dann die Ausgestaltung des Smart Meter Rollout. Das ist also die Historie. Und weil es dann noch mal kleine Anpassungen gab, ihr werdet euch erinnern, wegen der Marktmanipulation im Sommer 2019, in der dann einige Kraftwerkskapazitäten zurückgehalten wurden und Energiedaten entsprechend nicht ganz korrekt gemeldet wurden, dass Monitoring also schwierig war, wurde ja beschlossen, dass alle RLM-Messwerte, also alle von großen Lastgang-Kunden, auch praktisch dauerhaft übertragen werden sollen an die Übertragungsnetzbetreiber. Dafür musste die WIM geändert werden und das ist hier zum April 2020 passiert. Deswegen April 2020 als aktuellste Variante. Da könnt ihr dann auch einfach mal reinschauen. Ihr werdet dann hier immer zwei Dokumente im Großen und Ganzen sehen. Die obere mit WIM gültig seid. Das ist dann die eigentliche WIM mit den Prozessbeschreibungen und Diagrammen. Und darunter in der Fassung gemäß Festlegung, da ist der Beschluss, das ist der Marco 2020-Beschluss hier in diesem Fall, in dem also beschrieben ist, beziehungsweise das ist nicht der Marco 2020-Beschluss, weil das ist natürlich der Ergänzungsbeschluss für die RLM-Geschichten. Aber dort ist dann die eigentliche Beschlussfassung von der Bundesnetzagentur immer verlinkt. Und dahinter hier dann nochmal eine ergänzende Mitteilung. Und das ist genau die aktuellste auch noch, die wiederum Neuigkeiten rund um das EEG gebracht hat. Da geht es um den Messdatenversand bei intelligenten Messsystemen und Einspeisanlagen, bei der es einen teilweisen Eigenverbrauch gibt. Also ein sehr spezieller Fall, aber das wurde wegen der EEG-Novelle nochmal eingefügt. Es wird komplex, wie ihr merkt. Das könnt ihr euch alles hier über diese Links anschauen. Wir verlinken natürlich diese Seite mit in der Videobeschreibung. Wir gehen jetzt gar nicht tiefer rein in diese Besonderheiten, sondern wollen in die eigentliche WIM. Und die WIM ist also, wie gesagt, so ein Dokument wie die ganzen anderen Prozessbeschreibungen. Auf dem Deckplatz seht ihr dann immer die aktuelle Variante. Hier eben die vom April mit dieser gerade erwähnten Ergänzung rund um das EEG vom Juli 2021. Das ist auf jeden Fall erstmal die Variante, die aktuell noch gilt, bis dann im April 2022 die neue Variante kommt. Die WIM ist dann, so wie alle anderen Marktregeln, strukturiert, dass wir einen einführenden Bereich haben, wo dann, wie so oft, beschrieben wird, was macht jetzt diese Prozessbeschreibung, was macht jetzt diese Marktregel. Die beschreibt eben zum Beispiel, welche Rollenobjekte, das ist das in dem Rollenmodell. Also wir reden über Marktlokation und Messlokation, wir reden über Messstellenbetreiber, Netzbetreiber und Lieferanten und Übertragungsnetzbetreiber und Bilanzkreisverantwortliche. Also diese grobe Beschreibung dessen, wer ist das hier beteiligt. Daten aus Staatenformate, ganz klar, etifakt, brauchen wir gar nicht drüber nachdenken, haben wir schon erklärt. Vollmachten, da geht es eben zum Beispiel darum, wie auch im Lieferantenwechsel, dass natürlich der Kunde einen Messstellenbetreiberwechsel beauftragen muss. Sonst funktioniert das nicht. Aber Vollmachten, wie auch in allen anderen Bereichen, nicht mitgeschickt werden müssen mit einer Kündigung, die praktisch der Messstellenbetreiber im Namen des Kunden macht. Da sichern wir nur vertraglich ab, dass wir Vollmachten haben. Wir schicken sie aber nicht mit, weil es dafür keine Standardschnittstelle gibt. Und das wird auch nicht allzu schnell kommen. Das war durchaus in Diskussionen rund um die Marko 2022, aber es wird keine Standardschnittstelle für Vollmachten geben. Daher sichern wir nur zu, dass wir die haben, dass der Kunde uns wirklich beauftragt und nur in begründeten Einzelfällen da auf der Marktpartner anfordern, dass wir eine Vollmacht mitschicken würden, was dann zum Beispiel der unterschriebene Vertrag ist, den der Kunde entsprechend unterschrieben hat. Identifizierung an der Messlokation, typischerweise über die Melo-ID. Das ist die alten Hasenwissen, das ist die 33-stellige Zählpunktbezeichnung von früher. Kann alternativ, aber auch mit Adresse, Zähnummernummer, bestenfalls noch mit Marktlokations-ID gemacht werden. Also es gibt gerade bei der Erstanmeldung die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde die Messlokations-ID nicht mitgegeben hat und deswegen über die anderen klassischen Wege auch hier eine Identifizierung möglich machen können. Der Marktpartner muss dann innerhalb von drei Werktagen identifizieren. Und zwar muss er gründlich prüfen, ob er es finden kann. Und nur wenn er es wirklich sorgfältig nicht identifizieren konnte, darf er eine Meldung ablehnen. Das muss er also auch wirklich wie immer gründlich machen. Fristenberechnungen genauso auch wie im GBKE-Bereich. Werktage erstmal hauptsächlich, die genommen werden. Feiertage fallen raus. Und nur teilweise wird dann zum Beispiel mit der Marco 2022 im April nächsten Jahres werden verschiedene Datenversende bei Messwerten von einem werktäglichen Fassern auf einen kalendertäglichen Fassern zum Beispiel angepasst. Das kommt dann demnächst. Aber genau sowas ist dann auch hier geregelt. Fristenrechner. Viele dieser Punkte, das werden wir dann gleich sehen, wenn wir runterscrollen, werden in der WIM gar nicht genau beschrieben, sondern verweisen auf die Regelung in der GBKE. Und das macht es natürlich einfacher, wenn wir uns schon mit den Lieferantenwechselthemen in der GBKE beschäftigt haben und das schon kennen, dann wird vieles in der WIM genauso referenziert. Das ist insoweit einfacher für die Kollegen, die sich damit schon beschäftigt haben. Und dann finden wir die Basisprozesse und weiter unten die übergreifenden Prozesse. Ähnlich wie in der GBKE. Wir haben Basisprozesse, die den eigentlichen Kern der WIM beschreiben. Und dann die übergreifenden, die praktisch auch wieder referenziert werden können, in anderen Marktregeln. Das ist so. Kommen wir gleich noch. Basisprozesse. Erstmal ein paar Grundregeln für den Wechsel des Messsternbetreibers und dann die eigentlichen Prozesse dazu. Die Kündigung des Messsternbetriebs. Im Auftrag des Kunden kündigt ein Messsternbetreiber den alten Messsternbetreiber. Praktisch die zivilrechtliche Behandlung. Also dass ein Vertrag muss gekündigt werden. Sonst läuft er einfach weiter und verlängert sich im Zweifel. Beginn Messsternbetrieb. Die Anmeldung des neuen Messsternbetreibers beim Netzbetreiber. Die Info praktisch. Hey, ich bin dann drauf. Ich bin dann der neue Messsternbetreiber. Und erst wenn der Netzbetreiber das bestätigt, ist es auch tatsächlich so. Ende Messsternbetrieb. Ähnlich wie ein Lieferende. Praktisch die Abmeldung. Achtung, hier in der BIM ist es ganz entscheidend wichtig. Und das sehen wir dann nachher noch. Nur der Beginn ist entscheidend. Die Endmeldung ist praktisch nur zur Vollständigkeit. Aber die Beginnmeldung ist die, die wirkt. Und wenn wir ein Ende machen zum zum Beispiel 17. November. Aber die Beginnmeldung des neuen Messsternbetreibers kommt irgendwie zum 14. November durch. Warum auch immer. Dann wird unsere Endmeldung überschrieben. Immer. Die gilt praktisch nicht. Die ist nur zur Vollständigkeit der Systeme da. Aber die Wirkung entfaltet immer die Beginnmeldung. Immer. Ist in der BIM eben eine Besonderheit. Dann zum Beispiel die Verpflichtung des grundzuständigen Messsternbetreibers. Eine Besonderheit, weil der eben ähnlich wie ein Grundversorger. Grundzuständig ist. Ergänzungsprozesse zum Übergang. Datenübertragung, Gerätewechsel, Geräteübernahmen. Zum Beispiel eben, wenn ein neuer Messsternbetreiber dann die Zähler des Alten übernimmt. Dann muss er ein Angebot dafür machen. Und auch das wird über die elektrische Kommunikation gemacht. Über edifakt praktisch. Das können wir uns auch gleich noch ein bisschen genauer anschauen. Messvokationsänderungen. Ersteinbau eines Zählers. Moderne Messanrichtung. Und dann auch intelligentes Messsystem. Also wenn das erste Mal ein Smart Meter eingebaut wird. Welche Prozesse müssen dann laufen. Abbrechung des Messsteinbetriebs. Und Abbrechung von Dienstleistungen in dem Messwesen. Also Ergänzungsdienstleistungen, die dort mitlaufen könnten. Dann Röhm-Streit. Die, wie ich vorhin schon angedeutet, übergreifenden Prozesse. Störungsbehebung in der Melo. Und Anforderungen und Übermittlung von Werten. Also Energiemengen, die übertragen werden. Details davon machen wir mal in einem separaten Video. Weil das ist dann auch nochmal ein Thema. Da kann man auch eine Tagesschulung drum machen. Also das werten wir einfach mal aus. Sondern in was Separates. Wir haben aber auch schon auf unserem Kanal dazu uns geäußert. Nur eben noch nicht in dieser Playlist. In der wir alles ja nochmal kompakt zusammenfassen wollen. Aber so ist eben die WIM aufgebaut. Hat ungefähr 150 Seiten. Auch das reicht schon. Und bedenkt dabei immer. So was wie Standardänderungen und Geschäftsdatenanfragen. Gibt es natürlich auch in der WIM. Die werden aber komplett referenziert. Aus der GBKE. Das heißt, die sind hier gar nicht drin. Die sind aber streng genommen zusätzlich zu diesen 150 Seiten zu sehen. Naja, wie gesagt, sind die dann in der GBKE zu finden. Also, ihr findet dann wie gesagt erstmal so einführende Informationen. Ja, Abkürzungsverzeichnis und Begriffsklärungen. Da wo es was zu klären gäbe, ist das hier mit drin. Dann, wie schon erwähnt. Beteiligte Rollen, Rollenmodell der Markkommission und so weiter. Video in dieser Playlist. Ist in der GBKE. Datenastosch ist in der GBKE. Vollmachten sind in der GBKE geregelt. Ist hier nicht weiter geklärt in der WIM. Identifizierung einer Melo. Durch, wie vorhin erwähnt, Melo-ID. Das sind die 33 Stellen C-Punktbezeichnung. Oder eben hier geklärt, gibt es eine Malo-ID, gibt es eine postalische Adresse mit CELO-Nummer und vielleicht noch weitere Zusatzangaben zur Konkretisierung. Alles klar. Dann kann geprüft werden. Und nur wenn es eben unter gebotener Sorgfalt nicht identifiziert werden konnte, darf man ablehnen als Marktpartner. Fristenberechnung zu finden in der GBKE. Relativ kurzes Kapitel also. Und dann die Basisprozesse nach so ein paar grundlegenden Infos zum Wechsel, wo dann eben auch geklärt wird. Naja, es geht immer um volle Tage. So ähnlich wie beim Lieferantenwechsel. Ein Beginn beginnt immer um 0.00 Uhr eines Tages. Ein Ende immer praktisch so 23.59 Uhr. Das ist für die Fristenberechnung entsprechend wichtig. Ein Ende wird immer mit reingerechnet. Ein Beginn wird nicht mit reingerechnet. Ein Beginn muss also fristentechnisch immer am Vortag noch erreicht werden können. Und das ist dann auch hier in den Anmeldeszenarien nochmal erklärt, wo vor allem nochmal darauf hingewiesen wird, dass eben der Zuordnungsbeginn beim Lieferantenwechsel, der Lieferbeginn, hier im Mechernbetrieb eben der Zuordnungsbeginn, die entscheidende Meldung ist, während das Zuordnungsende im Zweifel, das können wir hier im dritten Szenario sehen, dann nämlich eben auch überschrieben wird. Wie ich vorhin mal erwähnt hatte, wenn das Zuordnungsende vom alten Mechernbetreiber hier eigentlich auf den 20. gesetzt wird, der Zuordnungsbeginn des neuen Mechernbetreibers wird aber irgendwie zum 18. realisiert, dann wird das Zuordnungsende automatisch geschoben. Denn das ist dann vollkommen egal, dass wir vorher diesen Prozess erfolgreich zum 20. haben setzen können. Das wird dann einfach überschrieben. So ist es in der WIM. Okay, und dann kommen wir, wie auch in den anderen Marktregeln, zu den typischen Beschreibungen. Da haben wir zum einen immer die einführenden Informationen in dieser Tabelle. Ich schaue mal, ob wir das hier noch ein bisschen besser neben mir sehen können. Ah ja, genau. So habt ihr noch ein bisschen mehr im Blick, dann überdecke ich das hier nicht mit meinem Bild. In dieser Tabelle finden wir immer sowas wie, was ist das Prozessziel, was ist der Erfolgsfall, was ist der Fehlerfall, was kann dabei schief gehen und so weiter. Beschreibungen dieses Prozesses, bla bla. Also das ist diese typische einführende Information, die ist wichtig, wenn man einen Prozess zum Beispiel neu kennenlernt und verstehen will. Diese Tabelle erklärt nämlich im Großen und Ganzen abschließend, worum geht es in diesem Prozess. Das im Zweifel ausdrucken und das Kopfkissen legen, dann hat man verstanden, wie ein Prozess gemeint ist. Danach, wie eben auch immer in den anderen Marktregeln, gibt es ein Sequenzdiagramm mit praktisch den beteiligten Marktrollen und den Schritten, den Sequenzen. Erstens, zweitens. Die Kündigung ist denkbar einfach, denkbar kurz, deswegen kann man das mit erstens und zweitens auch zusammenfassen. Und es wird, wie so oft hier so dargestellt, ein Neu-Messchleinbetreiber, Neu-N und einmal Messchleinbetreiber, Alt-A. Und hier Schritt 1, wir schicken eine Kündigung raus, dann muss der was prüfen und Schritt 2, Antwort auf die Kündigung. Simpler Prozess. Und dann steht hier drunter, wie so oft, eine Tabelle, die das nochmal erklärt. Beim ersten Schritt muss man nicht viel erklären, Kündigung wird halt rausgeschickt. Und dann muss die Antwort aber innerhalb von drei Werktagen nach Eingang der Kündigung zurückgeschickt werden. Das ist dann zum Beispiel hier eine Frist, die zu beachten wäre. Und weitere Hinweise, naja, er kann dann eben das Ganze bestätigen, ohne inhaltliche Änderungen, mit Abänderungen. Punkt. Und das ist dann eben auch nochmal wichtig, um zu verstehen, was in diesen Prozessen so läuft. Für manche WIM-Prozesse gibt es auch schon Entscheidungsbaumdiagramme in diesem berühmten Dokument der Entscheidungsbaumdiagramme. Das werden wir auch nochmal in einem separaten Video machen. Wir haben es aber auf dem YouTube-Kanal ganz allgemein schon mal erklärt, als es im April letztes Mal praktisch eingeführt wurde. Da sind dann so verschiedene Prüfschritte nochmal genau erklärt. Das gibt es für die MSB-Kündigung noch nicht. Da stehen nur die potenziellen Antwortcodes drin. Aber im Großen und Ganzen heißt das halt, naja, der prüft halt, ist er überhaupt da drauf, der aktuelle Messerbetreiber? Was ist eine Kündigungsfrist? Kann er den Kunden so überhaupt identifizieren? Und dann ja, nein, vielleicht. Und dann eben entsprechend die Antwort. Das sind hier diese Sequenzdiagramme. Es gibt in dem ausgesonderten Dokument der Aktivitätsdiagramme dann auch nochmal sowas wie ein Flussdiagramm. Das googeln wir jetzt einfach mal ganz aktuell, ganz aktiv hier. Aktivitätsdiagramme, GWKI und so weiter. Da haben nämlich der BDW und Co., also die Branchenverbände, tatsächlich separate Dokumente veröffentlicht. Und ich meine, dass das auch noch hier dann das Aktuelle sein sollte. Wenn nicht, das ist glaube ich nicht das ganz Aktuelle, warum auch immer mir das Googeln da jetzt nicht geholfen hat. Moment, das kriegt man auch mal in Aktivitätsdiagramme. Das war jetzt die Seite, glaube ich. Was ist hier mit der? Da findet ihr nämlich nochmal eine andere Darstellung. Während das hier ja, nur dieses Sequenzdiagrammes mit den Schritten, die nacheinander praktisch durchlaufen sind, gibt es in dem anderen, ja hier, ich glaube, das ist es aktuell, ja genau, 14. Mai, das sieht doch schon mal ganz gut aus, das dürfte es sein, gibt es in dem anderen praktisch ein Aktivitätsdiagramm, was, wie ihr jetzt schon sehen könnt, gar nicht mal so uninteressant ist. Kündigung Meschleinbetrieb, das ist jetzt praktisch dieser Prozess. Das hier ist die Kündigung des Meschleinbetriebs. Schritt 1, Schritt 2. Viel mehr steht da nicht. In diesem Aktivitätsdiagramm steht eigentlich dasselbe, nur nochmal anders dargestellt. Kündigung starten, Kündigung rausschütten. Das ist praktisch Schritt 1. Kündigung prüfen, das ist dann das, was MSB alt machen muss. Ihr könnt es auch gerade noch lesen, genau. Dann eben, ja, was passiert bei einer Zustimmung, was passiert bei einer Ablehnung? Also so ein richtiges Flussdiagramm mit Entscheidungspunkten. Kündigung verarbeiten und antworten. Das ist praktisch dieser Schritt 2 gewesen, die Antwort, das ist dann hier so dargestellt. Aber dann, was sind die Nachfolgeprozesse? Ende des Meschleinbetriebs anstoßen, Beendigung der Übermittlung von Werten an den Energieserviceanbieter. Das ist jetzt noch gespoilert. Das kommt eigentlich erst zum April nächsten Jahres. Also das ist praktisch jetzt vorab genommen. Das sind die Aktivitätendiagramme inklusive der Änderung von nächstem Jahr. Also die Wertübermittlung an den ESA, das kommt dann erst zum April 2022. Dazu werden wir uns dann entsprechend nochmal neu äußern können. Und jedenfalls findet ihr hier dann nochmal solche Aktivitätendiagramme, das ist nicht uninteressant. Und so ist es einfach damit zu arbeiten. Ihr geht praktisch durch die WIM, schaut euch hier diese ganzen Tabellen an, schaut euch die Diagramme an, die in komplexeren Prozessen auch ein bisschen komplexer natürlich werden, mehr und mehr Absprünge auf Folgeprozesse haben, mehr und mehr optionale Fälle haben. Und damit kann man sich eben hier schön durcharbeiten. Entsprechend sind auch die nachfolgenden Aktivitätsdiagramme ein bisschen komplexer. Da findet ihr entsprechend viele Möglichkeiten, was da alles laufen kann und wie man dann da eben umgeht. Auch das verlinken wir natürlich in der Videobeschreibung. Zum Abschluss, naja, zur Marktkommunikation gehört natürlich jetzt auch die Abwicklung der Datenübertragung. Das ist wie immer bei EDIAT Energy. Dort findet ihr verschiedenste Dokumente, mit denen es hier gearbeitet werden würde. Wie gesagt, Energiedaten machen wir mal in einem separaten Video. Energiedaten, wie ihr bestimmt schon wisst, findet man in der MS-Cons. Da bin ich jetzt daran einfach vorbeigescrollt. Genau. Bewegungsdaten. Hier habt ihr wie immer ein MIG, ein Message Implementation Guide, Implementierungshandbuch könnte man sagen, und ein Anwendungshandbuch, in dem sich dann eben verschiedenste Informationen wiederfinden würden. Zum Beispiel eben, was man in so eine Nachricht reinschreibt, wie man es reinschreibt, was in welchen Nachrichtentypen genau eigentlich Pflichtfelder sind und was man in welchem Szenario dann eben wie dort reinschreibt. Das ist da drin dargestellt. Ist aber komplex, haben wir schon mal angedeutet und machen wir rund um Energiedaten hier nochmal ganz genau. Ihr findet dann aber noch weitere Datenformate, die wir in den WIM anwenden, zum Beispiel die IFSTAR. Und wenn wir in diese Anwendungshandbuch reinschauen, dann finden wir dann im Inhaltsverzeichnis auch nochmal den genauen Hinweis darauf, was da drin geregelt ist. Und hier in der IFSTAR zum Beispiel finden wir dann Anwendungsfelder in den WIM-Prozessen. Nämlich zum Beispiel Status des Gesamtvorgangs im Rahmen des MESCH-Stellbetreiberwechsels. Informationen zur Zuordnung im Rahmen des MESCH-Stellbetreiberwechsels. MESCH-Stellbetreiberwechsel-Abmeldestatus an den alten. MESCH-Stellen-Umbaustatus. Mitteilung über erfolgten Geräteausbau. Gescheiterte Tonusablesung oder Auslesung. Rahmen des Ersteinbaus eines intelligenten Messsystems. Und dazu dann auch nochmal die Angebote. Für zum Beispiel die Zerrorübernahme. Also hier finden wir so Statusinformationen, die in der IFSTAR geregelt werden. Wir finden die INSRIPT. Und die INSRIPT ist der Inspection Report. Praktisch ein Prüfbericht über den Zustand einer Störung. Störungsbehebung, Inventionsmeldung. Also das sind Meldungen rund um die, hier wollen wir, rund um die Störung, Endstörung eines Zählers. Im Bereich Order und Autorespons finden wir zum Beispiel dann auch nochmal Infos rund um die Geräteübernahme oder den Austausch. Das dann nochmal mit dem Request for Quote oder Quote selbst. Im Angebot also dann weiter versehen. Wie gesagt, die MS-Cons für Energiedaten. Und wir finden die INVOLS zum Beispiel auch für die Messsternbetreiber Rechnung. Die dann an den entsprechenden Lieferanten zum Beispiel oder an den Endkunden geschickt wird. Je nachdem, wie es eben gemacht wird. Und die UTMD hat eben auch nochmal die Besonderheit, dass es hier ein Anwendungshandbuch für WIM gibt. Wo dann eben zum Beispiel die diversen, ich sag mal mit Stammdaten versehenen Prozesse gibt im WIM-Bereich. Also die Meldung für die Kündigung des Messsternbetriebs. Anmeldung und Beendigung des Messsternbetriebs. Gerätewechsel, Stornierungsmeldung, Änderungsmeldung, Geschäftsleitungsanfrage. Im WIM-Bereich ist hier in der UTMD ganz genau nochmal reguliert. Wir haben ja gezeigt, wie man dann damit umgeht. Anwendungshandbuch und MEG, Implementierungshandbuch. Wie man dann sich anschauen kann, was in Felder genau wie reingeschrieben werden muss. Das ist hier dann eben genauer dargestellt. Und so könnt ihr eben mit der WIM arbeiten. Die WIM ist wie gesagt also das Gesamtdokument rund um VEX-Prozesse im Messwesen. Ist also jetzt vor allem auch im Kontext des Smart Metering, Intelligente Messsysteme, IMS, und Moderne Messerrichtung, MME, wichtig. Die Prozesse dafür, die im Hintergrund laufen, zwischen Netzbetreiber, Messerbetreiber, Lieferanten und so weiter, sind hier geregelt. Wir werden uns irgendwann nochmal genauer mit der Abrechnung zwischen Marktpartnern in der MarkQ beschäftigen. Sowohl in der letzten Nutzungsabrechnung als auch in der Messsternbetriebsabrechnung und weitere Dienstleistungen, die da noch laufen könnten. Und wir werden ein separates Video dann eben auch noch machen rund um die Werteübermittlung rund um Energiedaten. Das heißt, dazu lagern wir ein bisschen aus in ein anderes Video. Das ist jetzt ja auch schon lang genug geworden. Das ist im großen Ganzen die WIM. Schaut euch das also an. Wir verlinken die entsprechenden Seiten in der Videobeschreibung. Ihr könnt dann darauf zugreifen und euch da durcharbeiten. Habt ihr konkrete Fragen zur WIM, gerne immer in die Kommentare natürlich schreiben. Dann können wir da in Zweifel auch nochmal drauf eingehen. Zum Beispiel ein Ergänzungsvideo machen. Ja, und das ist es eigentlich im großen Ganzen. Also gerne wie immer Daumen nach oben und das Video weiter verbreiten an eure Kollegen, die sich auch mit der WIM beschäftigen müssten. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und ja, wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.